Hallo Leute, hier sind wieder der Rolf Ziller, der Maggi und sogar diesmal der, oh nein, der Hamsenator. Ja, schönen guten Abend Leute. Und Rocket League natürlich am Start, seht ihr ja selbst. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit nichts dazu gelernt. Was heißt in der Zwischenzeit? Hast du schon eine neue Folge? Habe ich doch gesagt? Boah, ich hab fast... Geil, ist so. Auch noch als Rückwärtsgang-Tor. Ja, ich schätze das fast. So ein Schweigen, das habe ich auch noch. Guck mal, nur weil ich ihn angeschossen habe. Ja, ich hätte es fast rausgeschossen den Ball. Boah, das ist ja gut. Wie, was, du hast schon eine Folge hochgeladen, Wolf oder was? Ich habe jetzt hier so einen Hot Rod und der ist doch viel schneller als mein A-Team war. Nein, das haben wir nicht. Ich habe doch gesagt, die sind unterschiedlich. Nein, die sind nicht unterschiedlich. Dann habe ich gerade ein bisschen geschlafen oder so. Ich weiß nicht, aber mir kommt der schneller vor. Das ist nur, das empfindet man nur so. Weil der der flacher ist und dann denkt man, der bewegt sich schneller. Das ist alles nur so. Der Harmsen, der macht alles unromantisch hier. Das fühlt sich nur falsch an. Nein! Nein! Auf jeden Fall müssen wir auf den Harmsen achten. Der Harmsen fährt nämlich den DeLorean hier von Zurück in die Zukunft, weil er einfach Geldgeier ist und 35.000 Euro in das Spiel gesteckt hat. Ich glaube, der kostet zwei Euro, ne? Nein, man soll zwei Euro. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe es schon vergessen. Ja, irgendwie war es irgendwie ein, zwei Euro, was hat er gekostet. Mama! Ja, aber der fliegt doch ganz anders. Nein, der hat nur eine andere Hitbox. Nein, der ist viel schneller. Boah, der Magi! Der holt sich alles, ey! Der holt sich alles! Boah! Da ist der DeLorean gewesen. Und? Oh! Oh, jetzt muss er noch hin. Jetzt muss einer da sein. Sehr schön. Ich glaube auch, ich benutze den Turbo viel zu selten. Der Turbo ist eigentlich elementar. Schöner Sch... Au! Ja, hat aber nicht gereicht. Ich versuche mich diesmal am Riemen zu reißen. Aua! Zu spät, zu spät nichts. Nein! Nein! Geh weg! Nein! Oh, Alter! Ja! Wacken die Kliniken lassen. Oh, ist einfach wieder spektakulär um den Ball los. Magi, hör auf mich zurück, immer. Was soll denn das? Los gehen! Ich hab keine Lust. Ich hab hierhin stehen. Scheißen Dreck. Oh, der kommt keiner. Magi, hauen wir einen, ey, da. Nein! Na ja, gut. Vielleicht fällt er nach innen. Wenn der ihn nicht wegdrückt. So, wir spielen diese erste Runde mal komplett unstrategisch. Also... Ja, klar. Was? Unstrategisch? Ich spiel immer unstrategisch! Wir spielen sozusagen... Erfueled. Alle auf den Ball. Und ich hab einen wenigstens zum Explodieren gebracht. Gibt das Punkte? Nein. Ich weiß den Dreck. Sieht einfach nur gut aus. Nein! So, 75 Turbo. Mal gucken. Vielleicht kann ich damit was machen. Guck mal, so wie der fliegt. Oh! Nein! 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 Ich kann mich auch grad nicht... Ja, sehr gut. Was? Nein! War der im Weg? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal... Sehr gut. Jette! Oi! Ah! Ah! Scheiße! Ich hab nicht gepusht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich hab nicht gepusht. Ich hab nicht gepusht. Das war auch noch dilettantisch, wie... in der letzten Folge. Oh, dann hat er mich ausgetänzend. Nein! 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 Sagte er und verursacht fast ein Tor. Und hast vorbeigeschossen, sehr gut. Ich dachte schon, es ist vorbei. Oh, sorry. Ja, nicht schlimm. Noch ist halt ja kein Gegentor. Ja! Ich hab dann doch... Ich hab doch gesagt, der Hansen, wenn der auf dem Feld ist... Dann ist er da. Dann ist er da! Oh, hat er den rausgeholt. Mit Herz. Mit Herz und Seele. Scheiße. 1-0 nur. Ja, das ist nicht safe, Alter. Meistens kriegen wir am Ende noch einen rein. Weg. Das heißt, meistens, wir spielen ja ungefähr das... Oh, so ein Priester, da. Was für ein Priester? Ich wollte es nicht sagen. Oh, nee, das war kacke. Ich hätte ihn da nicht reinmachen müssen. Boah, was? Ja, ja, ja. Oh, nee. Was? Wie kann ich denn mit dem Jump da drüberspringen? Ja, der kommt gut. Ja, ja. Sorry. Ah, ich konnte ihn nicht mehr bremsen. Kommt, bitte. Ja. Jawoll. Mit dem DeLorean, mit dem Cheat-Auto. Shut the fuck up, sagt der Gleifelder. Also heute haben wir wieder die freundlichen Leute erwischt aus der Rocket League Community. Manchmal ist es echt anders. Gestern Abend war ich total überrascht. Ich hatte ein Spiel mit Leuten, die waren so freundlich und unglaublich zu vorkommen. Ach, ja. Geil. Das war schon nicht mehr schön. Na, B, 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 C, Feuerwehr. Möchten wir den Jungs eine Revanche gönnen? Ja, klar, klar. Wer uns beleidigt, kriegt das immer. Und die wollen. Die wollen. Ja. Ja. Oh, die neue Arena. Genau, die Mad Max Map. Wir wollen hier viele Tore schießen, wegen der Soundkulisse. Allein schon wegen der Soundkulisse. Du seht, wieder ein bisschen vorsichtig, ich hier am Werke. Mhm. Irgend so ein orangeer Typ macht irgendeinen Scheiß. Hat er ja gut gemacht. Jetzt, das muss er da sein. Und da ist er da, der Magi. Ja, der ist er auch, der Magi. Dann, ihr seht, der Harmsen hat die Trommeln mit dem Mund eingespielt für das Spiel. Ja. Das ist original. Man nennt mich auch Matt Harmsen. Weg mit euch hier. Gut aufgehalten, weil ich sonst wieder am Arsch will. Ah, okay. Oh, er will. Jetzt kriegen wir einen. Red' ich doch, du Auto. Ja, das war kacke. Easy schreibt da. Easy schreibt da. Und spektakulär daneben geschossen. Nee, das hat doch besser eingetroffen. Ja, aber ich bin daneben. Neben dem Ball. Das Ding wär drin gewesen, wie der Mann. Ey, mach ich, stell dich doch mal was anderes an. Nein! Oh, das ist ne Kinderkorn. Ich glaube, der ist gar nicht mal so scheiße, oder? Ja, deswegen ist er auch nicht eingeblendet, was er ist. Achso, und freut sich hier, wenn er in der Anfängerliga mal ein paar Tore schießt. Verklickt, verklickt, verklickt. Boah, sehr gut. War nicht so gut. Boah! Hier, 35 Meter hochgesprungen. Schön. Warum krieg ich dafür nicht Befreiungsschlag? Was Todes? Da war mir nicht Schlagen dran, oder so. Das Auto war nicht mal abgezahlt. Nein, 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 nein. Ja? Ja? Oh, sehr schön. Ich bin so dumm. Yes! Er kommt! Lange, aber, nein, nein! Oh, nee, Herrgä. Schnell zurück, mal wie? Das wird knapp, das wird knapp. Ja, klick, er hat den genau angespielt. Ja, äh, direkt quasi. Nee! Nein! Nein! Nein, ey, ich kann ihn einfach nicht! Ich kann ihn einfach nicht! Nee, das war der andere Tuch. Ehrlich? Ich hab keine Ahnung von Def oder so. Oh, er macht halt echt mit dem Turbo. Nee, stimmt. Ja, klar. Aber das ist auch das Schwierigste leider in dem Spiel. So, muss ich ran, oder nicht? Ja. Ja, ich geh einfach. Mhm. Wird weg. Neh, mich. Ja, komm zu weit. Gut, der Abbränder war gut. Ja. Ja, der ist schnell immer wieder in der Mitte, ne? Kommt. Oh, schön. Ja! Schön. Schön. Und wer kriegt's angerechnet? Keine Ahnung. Ja, klar, du hast dich als Letzter berührt. Der ist auch punktgleich. Ist auch punktgleich mit der Magie. Warum bettest du mit deinem Chat? Kannst du mir das mal sagen? Nur so. Spaß. Ja, nur Profi. Hier, Profi. Aua! Kommt mit der? Scheiße. Boah, der macht das von überall, ne? Ja. Boah, der dreht jetzt drauf. Ich hab kein Tor mehr. Gut. Dauer. Na schön. Dauer. Das macht richtig Spaß zu dritt. Keine Fass-Nur-Facker. Nein, das darf nicht. Ich hab euch nicht zu viel versprochen. Jeder Schuss vom Harmsen, ein Tor. Ja, meistens. Oder nicht. Ja, da, der wäre auch reingegangen. Oh, daneben. Was? Schöner Rage ist, Manni. Oh. Das ist denn das mit der Hitbox? Wie kann ich denn drüber springen? Oh nein. Ne, sorry. Oh, kacke. Ja, scheiß'n Dreck. Warum fahr' ich die Wände hoch? Das wär' gut, das jetzt in dieser Situation nichts zu tun. Scheiße. Hau' nur weg. Nein, darf aber nicht springen. Egal. Okay. Haben wir jetzt rumgeschubst, oder? What? Ich krieg' einen Anfall. Oh, jetzt haben wir uns kaputt gemacht. Goll. Geil. Nein. Oh, scheiße. Egal, wenn er runterkommt, ist er auch. Fertig. Wow, wir haben was gewonnen. Wir haben was gewonnen. Ja, schon das zweite Mal, oder? Das zweite Mal? Ja, klar, schon das zweite Mal. Das reicht dann auch für eine Aufnahme, würde ich sagen. Es reicht für eine Aufnahme. Sonst ist das zu viel, anderen an ihn auf einmal. Richtig. Und ihr müsst gucken, dass nach jeder Folge, wenn hier ein Tor steht bei mir, dann habe ich jemand richtig gemacht. Ja? Gut, ich weiß nicht, der Hamzen lädt auch hoch? Ja, klar. Super. Also, guckt beim Hamzen vorbei, guckt bei Magi vorbei oder hier bei mir. Lasst Kommentare da, Daumen oder Abos. Alles gerne gesehen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Rocket League mit den drei Drogen. Bis zum nächsten Mal. Mit 300 Dankeschön. Tschüss, Joe. Tschüssi.